Er hat es aus der Distanz probiert und wie wir feststellen dürfen, mit vollem Erfolg. Was für ein Traumvorherr, da hat sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui!